recht herzlich willkommen zur 65 folge von stelares jetzt machen wir drinnen und haben hier irgendwo war das hier militär macht eine geile bergbaustation das war nicht hier oder war das doch hier ich weiß es nicht mehr auf jeden fall haben wir eine dingens gebaut ich glaube es nicht hier oder er gebaut haben wir sie nicht sondern erweitert vor allem die stationen für schiffsbau die werft und machen mal die pause aus und gucken wie das so weitergeht unser dem ist dass man auch mal unsere wie sieht sie mit denen aus die fallen bald auch auf uns zurück oder wie ist das naja forschungsschiffe gut okay das können wir noch abwarten unser reich ist ja schon ein bisschen größer hier kommt schon den nächsten hoch die waren jetzt noch nicht da naja wenn das so ist dann ist das so und hier sieht es auch doof aus na da ist das so naja müssen wir schauen hier ist das zentrum der macht deswegen geht da wohl nix wahrscheinlich nach okay ja ist da noch ein planeten den wir noch bebauen können dafür fehlt hier den ganz 27 wählen zum kolonisieren einfluss na ja und dann gucken wir hier noch rein das war unser hauptplanet oder was das bringt uns gar nichts wir müssen immer in das sternensystem rein um da rein zu gucken so oberfläche so damals ja da kann man das gebäude verbessern das sollte man vielleicht auch machen obwohl mittlerweile auch das nicht mehr wie man hier sieht unser lager ist schon voll das ist mit forschung ja das ist doof ja müssten eigentlich jetzt zu sehen dass wir hier ja wo lager bauen hier ist nix drauf da könnte man doch oder bauen einfach schon schon beim bergbauer netzwerk tag das monument hydro kultur und wird sie produziert mineral in silo haben war kraftwerk station das ist hier jetzt gerade am linken land wird eine neue stufe erreicht ok stufe 2 auch schön aber dann einfaches forschungslabor hin und das bauen wir dann nachher noch aus na und sonst ist alles besetzt naja das kann man alles noch nicht weg machen das ist schade haben wir noch irgendwo was wir nicht da rein das war wieder mal verkehrt so und dann da rein aber hier geht sowas zum upgraden kostet 22,5 ne 45 ok zack machen wir hier ist es auch möglich oder wie sehe ich das gebäude verbessern und da auch noch machen wir alle das ist mit 14 schon verdammt na viel jetzt bloß aber jetzt wo es nicht mehr haben dann ist alles gut so mal hier jetzt eben nach dem raumhafen guckt nein doch da oder der ist jetzt ausgewählt automatisch na ich weiß aber auch nicht mehr wo ich ihn gebaut habe na das ist echt doof da ist es auch nicht aber da können wir uns trotzdem die oberfläche angucken hier geht was verbessern machen wir auch und alles bebaut sonst dann schauen wir weiter da ist noch was und da und auch hier können auch ganz viele ausbauen kraftwerk noch ein kraftwerk noch ein kraftwerk kraftwerk konfederation ok jetzt auch nicht so spielentscheidend ok untertan lasst uns diese schande beenden was ist das schade beenden ok also star empire ok wo sitzen die da ok ja die kommen auf uns auch langsam wieder zu jetzt weiß ich nicht mehr wo stehen geblieben sind aber hier sieht es gut aus hier war nicht der raumhafen hier können wir ein gebäude verbessern mit energie hier mit roten das ist jetzt die frage ne das kostet uns immer was aber so ja muss ja auch erst fertig werden dass wir sehen ne ist klar ok das kommt von denen da ist eine garantie wieder rufen worden auch schön ok verkehrt dass die militärmacht bergbaustation kann haben sah nur so aus ne ich wollte das dahinter hier wird der raumhafen gebaut jetzt haben wir es gefunden Mopla Mopla Prime hier gibt es überall Saft und den kann man auch noch verbessern brauchen wir das zurzeit? gute Frage ne ich mach's einfach dann sind wir gleich keine mineralien mehr dann gut ja läuft wer sagt da was? oh noch eine aufgestiegen toll ok ach da schau ja jetzt mal doch zwei in der karte auch ein raumhafen jetzt haben wir den dann auch gefunden schön sind auch ziemlich nebeneinander läuft das müssen wir auf jeden Fall erhöhen ok da sind die Ressourcen wieder alle auch nicht mal rein aufrauben abgeschlossen ok das kommt jetzt öfter oder wie war das? also hier war der Raumhafen ne? können wir jetzt grad nix machen wird noch auf Stufe 4 ausgebaut so Felder gucken wir die noch das ist jetzt hier aber nicht interessant da rein ok hier können wir noch Felder freisetzen dann auch ist dann die Frage radioaktives Ödland hier ist statt Truinen ok dann nehmen wir doch die als erstes und entfernen das oder? Befreiungsprojekt statt Truinen ja lass mal laufen geht gut da ist aber noch ein Planet zu besiedeln aber der ist nicht groß aber hat top Lebensbedingungen wohl ne? könnte man auch machen wohnbarkeit 75% wir hatten aber irgendwo hier unten wo ich dann gedacht hab dass wir das vielleicht besser machen wo wandert und hast der da? der hat auch 75% ich glaube das sollten wir tun um unser Reich ein bisschen vergrößern zu können machen wir mal und von wem holen wir das her? geht nicht die haben alle keine Rohstoffe zum bauen des Kolonieschips alles klar glaube ich gut dann müssen wir das erstmal abwarten wird aber auch kein Problem sein denke ich können wir hier was upgraden wir sind zwei mal drei grenzen geöffnet ok schon wieder eine stupe neue erreicht super ok was hier mit dem Planeten? haben wir denn schon mal erkundet? ist da nichts drin? ne? sieht so aus jetzt sollte man nochmal vorbeifliegen und nochmal gucken da gibt es mittlerweile was naja ist aber nicht so wohl ok Oberfläche ne ne? noch ein Raumhafen wär ja auch langweilig gewesen nur zwei zu haben ne? ja ok haben wir nicht können wir nicht oder können wir doch? ne können wir nicht ok ok dann ist das erst erledigt und was war das? Migrationsabkommen na dann hier diese machen wir so ein bisschen den Raum eng oder? ja so mhm ganzen schließen beleidigen kriege klären handelsabkommen anbieten rivalität erklären könnte man machen ne? aha aha ok das ist jetzt nicht das sind spielentscheide ne? und hier ist nichts los ne? kollidiert von anderen also das ist aber doof ne? ist einer gestorben hier gibt es keinen Anführer kann er sein? bei beiden nicht mehr da rekrutieren wir welche können wir auch grad zwei ne? mhm elektronische Interesse umwelttechniker und umwelttechniker noch einer ach so da gibt es ja noch mehr ne? 36 35 30 ist noch ein jüngerer da ländliche Erziehung zack zack die nehmen wir hier fehlt auch einer noch jemand rekrutieren da ist noch ein 31 jähriger hat man die nicht gerade schon zack dann gibt es die nochmal passt ne? und neuen Sektor erstellen wollen wir auch nicht und der andere Sektor dann da war der südliche und da können wir uns auch nicht ausbreiten den da wäre nicht sinnig gut kann man schließen und dann müssten wir mal schauen wo sind denn die? die lass noch mal da hinfliegen auch da stehen die ok und die andere kann da auch hin die sind da oben weiter ok fliegen wir mal hier runter haben die denn hier Freunde? handelsabkommen normalisiert und das hier grenzen für asawa geschlossen ok die sind böse die alle geschlossen ok hat nur ein andelsabkommen ebenwürdig und hier ist ein Rivale gute Sache ne? gut wir ziehen jetzt mal unsere Flotte hier zusammen und dann schauen wir mal in der nächsten Folge weiter was wir so machen ich bedanke mich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss jetzt dadurch bis da Vielen Dank.